Jo, meine Freunde, was geht ab? Herzlich Willkommen bei den XRP-Blogs. Ja, Leute, neuer Tag, neue News, XRP-News, XRP-Deutschland ist an dies Wochenende wieder mal am Start. Ja, hier, Wochenende hoch die Hände, Wochenende jetzt gleich für den einen oder anderen und wir freuen uns auf jeden Fall, XRP-News euch wieder mal zu präsentieren. Wir sprechen über AMM, ne? Da, denke ich mal, wird Luis das eine oder andere dazu sagen und vieles mehr, Leute. Ich würde einfach mal sagen, um uns zwei und vor allem den Kanal, eures Vertrauen zu unterstützen. Abonnieren wir alle diesen Kanal, drücken dick auf Gefällt mir. In diesem Sinne, rein in die Olga. So, Leute, in jeder unserer Videobeschreibung findet ihr einen Link zu Bitwavo. Einfach, sicher und mit Paypal Kryptos kaufen. Meldet euch über unseren Link an und ihr bekommt 10 Euro und die ersten 1000 Euro sind gebührenfrei. So, auf jeden Fall starten wir mit dieser Nachricht und der XRP-Captain hat meiner Meinung nach zu 100% Recht. Ja, er behauptet hier, dass der Rechtsstreit zwischen Ripple und der SEC jederzeit enden könnte. Und, ähm, ja, einerseits bin ich auch bei ihnen, aber andererseits, äh, auch wieder nicht. Ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass wir ein Settlement noch bekommen, ne? Wie ist mit Settlement? Darauf, äh, spekuliere ich ja schon ganze Zeit. Aber bis jetzt ist nichts passiert. Ich weiß nicht, ob es wirklich bis zum Ende geht. Ja, zum Ostern wollte ich auf jeden Fall vernünftige, goldige Ostereier haben, Leute. Das wollte ich noch mal gesagt haben, ne? Ja, definitiv. Und ich denke mal, Olga hätte auch nichts dagegen, wenn der Louis goldene Ostereier hätte. Das auf keinen Fall. Also klar, freut man sich immer, um noch nachkaufen zu können, aber Leute, ja, ich bin's auch irgendwann leid und ich freue mich natürlich auch, wenn's irgendwann dann losgeht. Aber wie gesagt, wir sagen's ja immer wieder, wir warten auf die Anwendung und der Zeitplan läuft einfach perfekt. Also ich bin absolut nicht nervös. Ich, äh, lege mich zurück oder Sina und ich legen uns zurück. Du bist nicht nervös? Ja, Olga ist da schon nervös. Olga ist nervös, ja. Und da schauen wir uns direkt die nächste Nachricht an, was meiner Meinung nach auch, ähm, zu 100% stimmt. Ja, Experten sagen, dass Fehlinformationen der Hauptgrund dafür sind, dass XRP kein großes Wachstum verzeichnen konnte. Prominente Persönlichkeiten der XRP-Community haben die negativen Auswirkungen von Fehlinformationen auf das XRP-Ökosystem argumentiert und das Gespräch entfaltete sich inmitten eines Haftungsausschlusses, dass XRP-Ledger keine ordinalen Inschriften unterstützt. Was einen Kritiker zu der Behauptung veranlasste, dass XRP-Ledger hinter anderen Blockchain-Netzwerken zurückbleibt. Als Reaktion darauf bat Richard Holland, CTO von XRP-Ledger Labs, den Kritiker bis zu 10 Verbesserungen vorzuschlagen, die er gerne bei XRP-Ledger sehen würde. Wobei er sich von Funktionen inspirieren ließ, die bereits auf anderen Blockchain-Plattformen verfügbar sind. Also hier ganz klar einmal, ähm, ja, dicker Angriff an XRP und XRP-Ledger und der CTO von XRP-Ledger Labs hat hier zurückgeschossen und gesagt, wie ich es ja auch hier gerade vorgelesen habe, hau doch mal was raus, erzähl doch mal, was kann besser gemacht werden und, äh, ja, natürlich gibt es da kein Statement zu. Ich möchte auf jeden Fall dazu sagen, also, ein bisschen Recht hat der Witch, finde ich, Luis. Auch die Kommunikation zwischen den CEOs und der Community ist sehr schlecht, auch was diese Rechtstreit angeht. Irgendwie wird alles so im Geheimen gemacht, dann wird eine Party gemacht. Als die Party war, es gab schon Gerüchte. Es gibt immer wieder Gerüchte, aber nie ein richtiges Statement, finde ich, ne? Da haut der David Schwarz noch irgendwelche witzigen Bilder raus und Spekulation auf Spekulation. Ich will einfach klare Wörter, die sagen, hey, wisst ihr was, dieses Jahr ändert nix, dieses Jahr wird nix mehr mit den XRP, dann wissen wir, ey, nächstes Jahr, wir erwarten das, 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 dann fertig. Ja, das wäre natürlich schön für uns, Tina, ne? Ja, es wäre schön für uns, ne? Definitiv, nur du musst auch sehen, das ist auch nicht einfach, gerade in der Position, gerade im Finanzgeschehen. Es kann sehr, sehr schnell Probleme bezüglich auch Insider-Wissen geben, Insider-Handel und generell Informationen, die ja auch schlecht für Ripple sein können. Wir müssen immer sehen, das ist natürlich auch ein Unternehmen, was Gewinn erwirtschaften möchte und natürlich sagt sie jetzt auch nicht, ja, das wird jetzt hier gar nix werden, vor allen Dingen, sie kämpft ja dafür und sie hat das, es ist ja natürlich alles nicht in Stein gemeißelt. Und sie kämpft natürlich auch dafür. Ja, es ist auf jeden Fall sehr schwierig. Ich kann mir ja auch vorstellen, haben wir auch schon oft behandelt, dass das alles so sein soll, dass es alles klein gehalten wird und auch Ripple, dass es im Hintergrund schon alles, sagen wir mal, feststeht, wie es in Zukunft weitergeht. Ja, sieht auf jeden Fall alles danach aus, vor allen Dingen, wenn man die ganze Korruption hier betrachtet, ne? Trotzdem, Luis, bin ich der Meinung, ja, das eine oder andere, so ein kleines Statement erwarte ich von Ripple und irgendwie brauchen die so einen Botschafter, finde ich. Deswegen, ich bin hier freiwillig, ne? Ich bewerte mich hier offiziell jetzt als Botschafter von XRP und Ripple. Ja, wir können aber eigentlich gerne eine Diskussionsrunde machen, weil ich sehe das ja wirklich ganz anders. Ich denke, also, es ist, sag mal, ein Unternehmen, gerade in dieser Finanzbranche, die so transparent, gerade zur Community sind, die eine Party veranstalten. Das ist ja wirklich so, die ganze Zeit, die jetzt in der Vergangenheit passiert ist, die ganzen, dass die Anleger noch am Start waren, dafür war die Klage, äh, die Party ja. Es gab viele Stimmen, die gesagt haben, ja, so und die Ankündigung, die Ankündigung kommt. Ja, und nichts ist passiert. Ja, natürlich nicht, aber weil es ja im Endeffekt auch nur eine Party war für die Anleger, ne? Das ist halt so ein Ding. Es ist natürlich immer schwierig, man kann immer wieder pöbeln, aber das Unternehmen, das, äh, ja, gerade in dieser Rechtslage in dem Bärenmarkt hat, unglaublich, äh, ja, bewiesen, dass sie da steht und nicht ohne Grund und dass sie in der Zukunft mit den Partnern, mit den Ökosystemen, was da im Hintergrund aufgebaut wurde, alles abreißen wird. Ja, und hier haben wir eine sehr interessante News und zwar geht es hier um das XLS 30D Standard Update und wir wissen ja, dass, äh, ja, wenn Updates auf den XRP Ledger kommen, dass wir von den ganzen Validatoren eine bestimmte Prozentzahl an, äh, ja, positiven Abstimmungen brauchen, damit das wirklich genehmigt wird. Also hier auch nochmal für alle Kritiker, ähm, ja, eine sehr dezentrale Geschichte muss man hier nochmal erwähnen, aber hier UNL Validator fordert XRP Community auf, in den Abstimmungsprozess über AMM, also den Automate & Market Maker Änderungen einzugreifen, äh, dass sich die Abstimmung über die XLS 30D Änderung verzögert hat. Wurden die Mitglieder der XRP Community aufgefordert, ihre bevorzugten Validatoren aufzurufen, den AMM-Vorschlag zu unterstützen. In der Mitte der Verzögerung bei der Erzielung eines Konsens für die XLS 30D Änderung, einen Vorschlag zur Einführung eines automatisierten Market Makers auf den XRP Ledger, hat der beliebte XRP Ledger-Validator Astetis die Mitglieder der XRP Community zum Eingreifen aufgerufen. In den gestrigen Tweet gab Astetis, die für die Änderungen gestimmt hatten, ein Update über den Abstimmungsprozess. Ja, und während Ripple und mehr als zehn UNL-Validatoren für die Änderung gestimmt haben, haben sich elf andere geweigert, die Initiative zu unterstützen, die ein AMM in die führende Blockchain einführen könnte. Daraufhin fordert Astetis die Mitglieder der XRP Community auf, sich an ihren Lieblingsprojekt zu wenden und die Änderung zu unterstützen. Also hier sehr revolutionär. Wir wollten auch nochmal ein spezielles Video zu machen, gerade zum XLS 30D und den Automated Market Maker, weil gerade wenn der Automated Market Maker integriert wirkt. Ja, wir haben da die Tage auch nochmal ein interessantes Video, interessantes Interview mit MC geführt, speziell auch der AMM und der Clawbike, wenn das integriert wird, kann es langsam losgehen, Leute. Findest du denn das gut mit der AMM, Luis? Das ist, was ich mich ganz sehr frage. Ja, definitiv. Anwendung ist immer gut. Und der Automated Market Maker auf den XRP Ledger zusammen mit den Liquidity Hub wird einfach unglaublich werden, wenn wir uns vorstellen, dass in Zukunft kein normaler Market Maker benötigt werden muss. Wir ja darauf einfach auf den Liquidity Hub zugreifen können. NFTs ohne Smart Contracts jetzt erstellt werden können, also durch das 30D Standard Update. Also wirklich unglaublich, was in Zukunft jetzt hier auf uns zukommt. Ripple bewegt 97 Millionen XRP bei steigendem Preis und die Community ist fasziniert. Ja, mehr oder weniger fasziniert würde ich mal hier behaupten, Leute. Und zwar Ripple und anonyme Wallets wurden dabei gesichtet, wie sie eine halbe Milliarde XRP transferierten, während die Community wilde Vermutungen anstellte. Ja, während wir bei XRP keinen großen Preisanstieg hatten, Leute, nur in relativ klein, ja, haben wir das wieder gesehen, als wenn es, ja, so sein sollte, um dies wieder zu verstecken. Und zwar bei einem Schaufel 440 Millionen XRP. Die obige Quelle verbreitet die Nachricht von vier großen Transaktionen, die erstaunliche Teile der mit Ripple verbundenen Kryptowährungen bewegten. Der größte Brocken enthielte 300 Millionen XRP, die mit 185 Millionen Dollar bewertet wurden. Was passiert im Hintergrund? Ich denke, sie müssen sich auch für den Bullrun nacken, denn wir wissen, oder nicht nur wir wissen, dass XRP und Bitcoin eine der einzigen Kryptowährungen mit regulatorischer Klarheit sind. Das nächstes Jahr, wenn die Klage zu 100 Prozent durch sein wird, es einen großen Impact geben könnte. Und deswegen müssen wir natürlich abwarten. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass XRP diesmal einen schönen Bullrun sehen wird. Hoffen wir doch, ne? Ja, abgesehen davon, hier, Whipple persönlich hat auch noch 70 Millionen XRP rübergeschickt hin und her. Und ich weiß nicht, irgendwie habe ich noch nie auf meinem Wallet Leute außer sehen von irgendeiner Adresse von euch so 70 Millionen XRPs oder so. Das war eine coole Sache, ja. Das wäre auf jeden Fall cool. Ja, vielleicht ist auch Stresstest gesehen. Ja. Es gibt viele Möglichkeiten, um jetzt zu testen, was jetzt in der nächsten Zeit alles auf uns zukommt. Wir wissen, die XLS Updates, die jetzt in Zukunft genehmigt werden, ja, bringen Anwendungen drauf. Und wenn das endlich passiert und das endlich losgeht, können die Banken auch endlich die Technologie von Ripple vernünftig nutzen, was den Preis natürlich von XRP in Zukunft auch bewegen wird. Aber da, Leute, wie gesagt, die Zukunft ist gegeben. Das Ökosystem ist aufgebaut. Die Partner sind am Start. Deswegen legt euch zurück. Genießt den Bullrun. Und danach denke ich, werden wir in den ganzen Kryptomalt schönen Anwendungen sehen. Du weißt ganz genau, Luis, wenn ich irgendwie so ein Gefühl habe, meistens passiert ist. Und ich habe irgendwie so ein Gefühl, dass wir die nächsten Wochen irgendwas dickes bei XRP erleben werden. So, davor habe ich es bei Solana auch gesagt. Ich habe es bei sämtliche andere Projekte auch gesagt. Und bevor XRP sich verdoppelt hatte, habe ich es auch gesagt gehabt. Ich habe es einen Monat zu früh gesagt. Tut mir leid. 13. Juni habe ich es gesagt. Das war dann der 13. Juli. Diesmal lege ich mich wieder fest. Diesmal sage ich. Ja, gib mir 21 Tage, Luis. Ich habe irgendwie so ein Gefühl. Ich sage euch das. In 21 Tagen ist keine Finanzberatung. Nur mein Gefühl. Ich glaube, in 21 Tagen wird irgendwas Cooles rund um XRP passieren. Wir schreiben uns dieses Datum auf. Und wir schreiben uns auf jeden Fall den Preis auf. Hier, wir sind jetzt gerade um die 60 Cent. Gucken, was in 21 Tage passiert. Okay? Ja, meine Vermutung. Ich hoffe natürlich, dass wir nächstes Jahr, Anfang nächstes Jahres endlich mal über die 1 Dollar Marke kommen. Alleine für die Emotionen. Wir sehen es ja gerade selber. Der größte Teil der Anleger sind gerade oder drehen gerade emotional komplett durch. Weil natürlich jetzt alles durch die Decke schießt und XRP nicht. Das ist auch wieder ein großer Grund, dass viele aus dem Markt rausfließen werden, in andere Projekte investieren werden und sich gar nicht mehr auf XRP konzentrieren. Gerade für die Theorie, dass viele extra aus XRP rausgespült werden. Der Coin extra klein gehalten wird, wo ich mittlerweile auch sehr, sehr stark von ausgehe. Natürlich Hütchen aufsetzen hier. Das ist natürlich keine Gewähr. Alles, wie gesagt, wie ich es Ihnen dann gesagt hat. Unsere persönliche Meinung, Preisprognosen, Preis-Updates, wann irgendwas passieren wird, kann keiner vorhersehen. So, ich wollte nochmal gesagt haben, hier für die Gewinner. Von den ganzen Gewinnern, wir hatten ja fünf Stück vor ein paar Tagen, hat sich nur einer gemeldet. Und die anderen Gewinner können sich auch melden. Ihr dürft euch gerne melden, wenn ihr eure Gewinne haben wollt. Unter anderem 1.500 Casper und was weiß ich, was die alles gewonnen haben. Hier, Tanga, hat auch noch keiner abgeholt. Der Tanga von Olga, er liegt auch hier. Leck, keiner will diesen Tanga von Olga haben, Land. Die Bitcoin Wallet ist auch noch da. Also wirklich, meldet euch sonst, wenn wir noch ein Verlosen rausnehmen. Ja, meldet euch sonst am Wochenende. Ja, keine Ahnung. Montag verlosen wir neu. Deswegen, Leute, ihr dürft gerne unter dieses Video könnt ihr euch nochmal melden mit Hashtag XRP und wir haben ja auch noch, wir haben noch zweimal im Wert von 50 Euro noch XAPs. 1.500 Casper, die müssen wir auch noch verlosen. Wir haben noch ein paar GBC, wir haben noch ein paar Münzen. Es läuft gerade noch eine Verlosung. Also guckt uns unser letztes Video auch gerne an. Da könnt ihr noch gerne mitmachen. Also fast jedes Video haben wir jetzt hier. Gewinnspiele rausgehauen, die die Targets auch nochmal rausgelost werden. Und deswegen, Leute, folgt gerne rein, damit ihr Gewinnspiele und die aktuellen News hier alle nicht verpasst. Ihr müsst auf jeden Fall diesen Kanal abonniert haben, Leute. Ihr müsst unter dieses Video einen Kommentar mit Hashtag XRP und am besten auch noch bei Bitwavo euch angemeldet haben. Das sind auf jeden Fall die Bedingungen. Schreibt uns dann, wenn ihr gewonnen habt, hier hier bin ich. Ich habe gewonnen und fertig. Dann kriegt ihr eure Gewinne. Unter dieses Video machen wir wieder ein Gewinnspiel. Unter dieses Video, Luis, machen wir noch ein Gewinnspiel. Gestern das Video müssen wir auch noch ausziehen. Verlosen. Dies Video müssen wir auch noch verlosen. Und die fünf anderen, die gewonnen haben, dürfen sich melden und ihre Gewinne endlich abholen. Leck. Überliegen hier Gewinne. Sogar im Tanger. Wir wollen alles loswerden, Leute. Spielt mit und gewinnt hoffentlich. Ich drücke euch die Daumen, Leute. Viel, viel Glück. So, ich würde einfach mal sagen, Leute. Um uns zwei und vor allem die Familie zu unterstützen. Abonnieren wir. Drücken auf Gefällt mir. Schreiben einen Kommentar. Werden auch Teil eines Instagram, Telegram, TikTok-Seite. In diesem Sinne, haut rein, Leute. Schreibt den Kanal und bleibt mit uns auf ewig hier verbunden. Im Kryptosektor sind wir alle Sändler oder Kunden. Der Kryptosektor hat genug Benzin in seinem Tank. Sinan, Luis, BU, Doppelsetz, sagt von Herzen Dank.